So, herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von UKM3D. Heute schauen wir uns die neuen Seitenwände des Zawtrax M200 an. Hier gibt es seit 2015 ein neues Modell. Diese werden hier nur gesteckt, passen perfekt, sind getönt aus Kunststoff. Der große Unterschied zu dem vorherigen Modell von 2014 ist, dass wir hier nur so kleine U-Stücke hatten, die quasi die Plexiglasscheibe mit dem Gehäuse verbunden haben. Hier wird es im Ganzen gesteckt. Und der größte Unterschied ist, dass wir jetzt eine funktionsfähige Tür haben. Das funktioniert über zwei Scharniere, die auf das Gehäuse gesteckt werden. Und wie Sie schon gesehen haben, bleibt die Tür auch geschlossen. Das funktioniert über zwei Magneten, die hier und hier an der Rückseite des Gehäuses angeklebt werden. Hier und hier. Und zwei Magneten, die in der Tür verarbeitet sind. Und dadurch hält diese Tür sehr gut. Sehr praktisch. Vorher musste man immer diese U-Stücke entfernen, um die Tür vorne abzunehmen. Daher war es keine Tür, sondern mehr eine Seitenwand. Jetzt haben wir tatsächlich eine funktionsfähige Tür. Oben bleibt es weiterhin geöffnet. Aber das ist ja auch so Bauart bedingt. Gibt es bei uns im Webshop für 89 Euro. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.